Mach die Sounds mit deinem Mund? Okay, okay, mach mal. Was zum Fick? Wo geht's rein? Es ist so still, man hört die Musik aus den anderen Autos. L. E. X. Lux. Hey. Was ist denn Carlo jetzt? Ähm, lol? Mein Ton ist weg. Ja, es ist ehrlich schon noch die Musik da. Vorne wollte ich den Bug erzählen, aber dann bin ich gesp... hab ich verkackt und deswegen wollte ich ihn nicht mehr erzählen. Das war in Watch Dogs 3. Da bin ich so ganz gechillt ein bisschen Auto gefahren, hab Radio gehört, auf einmal kommt so ein übelster Bassbooster-Sound. Aber ganz extrem, ganz laut, so laut, dass ich mir ohne Übertreibung jetzt die Ohren danach wehtan. Und dann war der ganze Ingame-Sound weg. Komplett. Wait, aber es sind trotzdem nicht alle Sounds da. Die Steps fehlen zum Beispiel komplett. Die kommen ganz leise und falsch. Guck mal, der Sound. Ist der Sound immer so weird? Nee, guck mal. Was zum Teufel? Aber es ist schon weird. Wir hatten in der ganzen Zeit keinen einzigen Bug. Und ich rede ganz kurz über Bugs und jetzt kommt sowas. Es ist so still, man hört die Musik aus den anderen Autos. Wie wenn jemand sein Mikrofon angeschlossen hat und den Sound über Fernseher hört und den Fernseher viel zu laut eingestellt hat, sodass es jeder in der Party hören kann. Oder auf dem Discord-Call. So hört man das. Und der hat den Röhrenfernseher. Chillig. Finde ich gut. Let's play Mafia. Ja gut, wir gehen jetzt trotzdem mal in die Mission rein. Und wenn die Stimmen gut sind und man gleich Musik nochmal hört, dann scheiß drauf. Ich wette, so ein Let's Play gab es noch nie von Mafia. Einzigartiger Content. Hier ist soweit alles sauber. Ja und leise. Hey, hier drüben! Da kommt noch einer! Ha 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 ha, die Schüsse! Tommy, sieh nach, ob das alle waren. Es ist doch nicht vorbei. Gerade ist das ganze Game verpackt. Sam bewegt sich auch einfach gar nicht mehr. Holy shit, das ist so spannend. Wie viel so ein paar Schuss-Sounds ausmachen? Hilfe! Schuss-Sounds fehlt und es fühlt sich einfach an wie so ein Zirkus. Sick. Hörs. Mach die Sounds in deinem Mund? Okay. Okay, mach mal. Es brennt. Au, au! Tommy hat einen Krampf. Das sind die Schritt-Sounds. Okay. Hi, Ian. Wee! Soll jetzt ein Großschräger verwafften werden. Safe. Und Schritten, ja. Und Wasserrad. Ich fühle mich ein bisschen wie so ein Speedrunner irgendwie. Ich weiß auch nicht, wieso. Mann. Warum ist der Stream heute so, wie er ist? Jeden Stream ist irgendwas. Kannst du mal ein bisschen schneller fahren mit deinem Fusel? Ich bretere euch euch durch. Oh. Das ist ja so eine geile Szene, wie das so alles kaputt geht. Und es ist so voll Actionreihe, weil die Cops verfolgen einen. Und man fährt Sam hinterher und so und dann ist es mal und hier geht alles kaputt. Und dann so, wow, kaputt. Und bei uns fehlt einfach alles. Ich glaube, wir waren zu weit weg und Sam ist gedespawnt. Ja, das Spiel kam gar nicht drauf klar, was hier gerade passiert ist. Die Gegner hatten einfach keinen Bock und Sam ist despawn. Wir hatten das doch in der ersten Folge noch mit der Render Distance. Und was alles so gerendert wird und was nicht. Oh Mann. Guck mal, es lädt nicht mal das Spiel noch. Was zum Fick passiert hier? Clean. Ich dachte, wir spielen das Remake. Ich glaube, wir spielen doch die Phase 2 Version. Jetzt sind wir auf einmal Weinrot. Es ist, es lädt nichts. Yeah, wir sind back im Business. Ah, Mensch, bist aktiv. Wie findet ihr das Game? Schon clean. Also ich weiß nicht, was vorhin passiert ist, ne? Aber ich glaube, es war nichts Gutes. Nein, nein. Was weiß ich, ob da ein Zaun ist? Wo geht's rein? Hier. Es ist 22 Uhr am 22.02.02.2022. Das erklärt die Scheiße, die hier gerade abgeht. Bisschen drin, by the way, in der Lagerhalle. Nice. Denn 35 ging's dann so richtig zur Sache. Kurz Kino-Sound? Bitte hör auf, nicht noch eine Cutscene. Ich will nicht mehr, bitte. Weißt du, ich spiel auf der Playstation, damit ich nicht auf den schlechtesten Grafiksettings auf dem PC spielen muss. Aber wenn ich mir das ansehe... Ah! Hier fehlt die Tür. Aber warum fliegen da hinten? Sogar der Fail-Sound ist nicht mehr da. Au! Ja. Ich... Ich würd mal grundsätzlich sagen, wir beenden den Stream jetzt hier an dieser Stelle. Ja, war wunderschön. Ich will ja ganz kurz in die Freifahrt. Gucken wir, ob in der Freifahrt auch alles so weird ist. Was ist mit diesem Spiel? Warum seid ihr alle nicht geladen? Das ist mir so oft heute beim Stream schon aufgefallen, dass einzelne Charaktermodelle nicht geladen waren. Beenden wir das Ganze hier, war sehr schön wieder. Ja, das war's jetzt für den Video. Checkt gerne mal das Video und die Playlist, die hier gerade eingeblendet ist. Abonniert gerne den Kanal, checkt gerne Hubert ab oder auch meinen Podcast. Link dazu in der Beschreibung. Und ja, mehr will ich jetzt auch gar nicht sagen, weil ich gar keine Lust habe. Tschüssing.